Alora, ich bin Una vom Hula-Verein Nokao Umbanao an der Ehe Berlin. Du wolltest immer schon mal Hula lernen? Dann ist jetzt eine super Gelegenheit. Wir haben vierteilige Anfänger-Workshops. Du lernst die Grundschritte und kannst dann in eine regelmäßige Gruppe einsteigen, Choreografien lernen und zu entspannter Musik ein bisschen Workout machen für die Beine vielleicht. Auf jeden Fall viel Spaß haben, wie die Ladies hinter mir. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Aloha. In mir steigt der Gedanke auf mit viel Aloha. Kapelle. Hau auf. Ruhe. 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 Ruhe.